Ich bin gerade am Berliner Hauptbahnhof und werde gleich nach Hamburg fahren, weil eine gute Freundin von mir Geburtstag hat. Und ich dachte mir, ich nehme die Kamera mit und bin mal gespannt, was Hamburg City so zu bieten hat. So Freunde, angekommen in Hamburg, gerade in St. Pauli. Richtig geiles Wetter hier. Ich muss sagen, ich finde es ziemlich geil. Die Bahnfahrt war zum Kotzen. Ich habe mich breitschlagen lassen und wir sind mit Flix-Train gefahren oder wie das auch heißt. Und abgesehen davon, dass wir gefühlt zwei Stunden Verspätung hatten, gibt es da drin auch keine Klimaanlage. Und die Leute haben sich irgendwie geweigert, die Fenster aufzumachen. Das war auf jeden Fall eine richtige Krise. Wir gehen jetzt erstmal was essen. Wir lassen uns das Wochenende ein bisschen gut gehen. Gerade war es leckeres Essen gewesen. Ich muss sagen, in Hamburg kann man ziemlich geil essen. Wir waren gerade bei so einem Italiener. Richtig geile Pizza, Nudeln und alles, was man sich wünscht. Also Hamburg, St. Pauli. Kulinarisch. Ist auf jeden Fall top. So, jetzt geht's. Musik Ja Freunde, das ist unser Hotelzimmer gewesen. Wir haben jetzt zwei Nächte gepennt. Eigentlich ganz sauber gewesen. Wie ihr sehen könnt, ganz schlicht, ganz entspannt. Das war mein schöner Aufenthalt in Hamburg Freunde. Ich mache mich jetzt wieder nach Berlin. Ich würde sagen von mir gibt es hier ein dickes Peace und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.